Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück aus einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben heute, seit langer Zeit mal wieder, zwei Reportagen und Reactions an einem Tag. Was heißt nach langer Zeit? Ich glaube, das hatten wir noch nie. Ich weiß es gar nicht. Wir haben uns vorhin auf jeden Fall, in my opinion, mit bisher stärkstem Track angehört. Gerade das Ende, die letzten 30 Sekunden, haben mich da sehr gecatcht, wo er nochmal quasi eine Zuschauerin, die leider verstorben ist, erwähnt hat. Und das hat mich sehr, sehr gecatcht und auch ansonsten war der Track einfach nochmal next level und hat mir sowohl vom Inhalt als auch von der Delivery sehr gut gefallen. Jetzt haben wir heute auf diesem wunderschönen Donnerstag, ja zwei Stunden vor den 0 Uhr Reactions, wo wir heute natürlich auch wieder reingrinden werden. Also lasst gerne ein Abo da. Heute Nacht, morgen, übermorgen wieder einige Reactions für euch, die am Start sein werden. Jetzt haben wir aber Super Smash NES, beziehungsweise Super Smash NES, aber mit Doppel S aus irgendeinem Grund. Ich kenne nur den NES mit einem. Oder? Gibt es das nicht so? Nintendo Entertainment System ist NES einfach. Maybe bin ich auch lost. Ich freue mich drauf. Wir haben aber nur 1 Minute 41, Jungs. Was denn das? Was denn das? Ich bin sehr gespannt. Checkt gerne auch vorhin die Reaction ab, die online gekommen ist. Da haben wir uns Gamer Brother gegen FIFA Gaming, das Battle by 4x7 gegeben. Ultra stark gewesen und es kommen demnächst auf jeden Fall mehr Battle Reactions. Freut euch drauf. Jetzt aber erstmal der neue Billy Track. Let's go. Oh, ungewöhnlicher Beat. Sehr ungewöhnlicher Beat für Billy. Junge, das ist ein ganz anderer Style als beim letzten Mal. Aber finde ich cool, wenn er sich ausprobiert. Er erinnert mich so ein bisschen an die älteren Disstrack-Zeiten. Bei diesen Disstracks hat er sich auch sehr, sehr oft ausprobiert. Wenn man nicht läuft, habe ich noch Bitcoins. Ich gebe dir ein Appercut, mein Freund. Bis dein Kopf nach hinten knapp wie bei einem Klapperstolz, mein Freund. Du bist ein Gangster von der Street. Doch wenn ich ne Waffe ziehe, heißt das Rangie wie bei Bleach. Leute, schreibe mir, ey, du bist underrated, Bro. Rapper auf Festivals. Nur noch Mini-Playback-Show. Okay, also ich muss sagen, ich fühle diesen Late-Back-Style bei ihm leider nicht so. Ich mag halt das Aggressive, das Schnellere. Dieses Late-Back-Ding bei ihm ist nicht so den Style, den ich fühle. Du willst nur noch Mini-Playback-Show. Und keiner fickt mit meinen Mods auf Twitch. Alle haben einen Boxerschnitt und wandle ich mit dem Doppelklick. Bald wenn ich zurückkehre, ich vermisse mein Twitch-Shit. Doch diesen Scheiß ziehe ich durch wie ein Bitpack. Was soll ich sagen, denn das Jahr ist bald vorbei. Der Beat ist aber ne 1+. Der Beat ist ne 1+. Wie gesagt, den Style fühle ich persönlich leider nicht so. Doch diesen Scheiß ziehe ich durch wie ein Bitpack. Was soll ich sagen, denn das Jahr ist bald vorbei. Und das Ganze hier schreibt dich nicht von allein. Nein. Aber ich finde es super cool, dass er sich so ausprobiert. Man merkt auf jeden Fall, er wirkt auch wieder ein bisschen frischer so. Und diese Lust und Laune, einfach ein bisschen was zu probieren, ist auf jeden Fall wieder da. Ich war den Smiley-Süß-Junge. Diesen Smiley auf seinem Basie. War das ein Smiley überhaupt? Ne, oder? Es sieht aus... Ne, es ist kein Smiley. Es sah eben aus wie so ein böser Smiley, der einen so anguckt. Aber sehr geiler Beat. Sehr geiler Beat. Oh, ach, der heißt Ness. Oh mein Gott, okay, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Obvious. Mit der Cap und dem Basis. Sorry, ich hab Super Smash nie so krass gespielt. Yes, natürlich. Bei Super Smash gibt's einen Charakter, der heißt Ness. Ich weiß gar nicht, aus welcher Videogamereihe Ness ist eigentlich. Aber ja, der heißt Ness, okay. Das haben alle schon reingeschrieben. Ich hab's noch gecheckt. Bro, ich bin ja so lost. Sorry. Sorry, ich weiß nicht. Es hat sich auch ein bisschen mehr angefühlt. A little bit zumindest wie so ein spaßigerer Song. Also super kurz, entspannteres Thema, entspannterer Track. Hat mir jetzt nicht so krass gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht so mein Style an Reportagen, Energie und Kraft, die ich eigentlich haben möchte. Aber positiv auf jeden Fall. Der Beat war sehr geil. Sorry fürs Ausstoßen, Jungs. Der Beat war sehr geil. Und ich find's halt cool, wenn er sich ausprobiert. Selbst wenn was bei rumkommt, was ich jetzt nicht fühle, find ich's einfach nice, dass er das macht, worauf er Bock hat und sich ausprobiert und auf jeden Fall einfach wieder am Start ist und uns Output gibt, ja. Ich freu mich aber umso mehr auf den nächsten Song und bin gespannt, ob das jetzt euer Style war, dieses entspanntere, laid-back-mäßigere. Er hat das schon ein, zwei Mal gemacht so, aber eher so bei ein, zwei Disstracks. Da gab's halt auch Passagen, die mir da dann nicht so krass gefallen haben. Aber ich bin gespannt, ja. Freunde, ansonsten sehen wir uns nachher. Stellt euch einen Wecker. 0 Uhr, ah, 0 Uhr 15, 0 Uhr 20 ist die erste Reaction online. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Wahrscheinlich Jamula und Forti. Wir werden uns aber auf jeden Fall auch noch Sierra Kit geben heute Nacht. Die beiden Tracks wird's auf jeden Fall heute Nacht geben. Freut euch drauf. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Gönnt euch noch irgendwas. Macht einen schönen Abend. Macht euch einen richtig schönen Abend. Macht euch einen richtig schönen Abend, ja. Bleibt first so wie immer und ciao.